Im anderen Halbfinale standen Argentinien und Belgien. Sie erinnern sich, vier Jahre zuvor im Eröffnungsspiel waren die Belgier noch siegreich geblieben. Es war wieder ein Spiel des Ausnahmekickers Maradona. Seine beiden Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit. Auch hier, wie zuvor schon gegen England, ein Spaziergang durch die gesamte gegnerische Abwehr.